Wir vom Organisationskomitee respektieren die Volunteers auf jeden Fall, weil es ist nicht einfach, Volunteers zu finden und wir sind immer froh, wenn wir genug Volunteers haben, damit wir den Anlass auch durchführen können. Findest du schweißt das Volunteering als Gruppe auch zusammen? Absolut, ja. Mir sind immer wieder Leute, die schon mehrmals busy gewesen sind und viel länger schon busy als ich. Die Leute sind absolute Könner und ohne die geht es nicht. Schweizer Sport ohne Volunteers, ich glaube das wäre heutzutage nicht mehr denkbar. Ich glaube es gibt kaum Aktivitäten im Schweizer Sport, die ohne freiwillige Hilfe durchführen Die Helfer, die hier mitmachen, ist immer wieder spannend, diese zu sehen. Es geht mir weniger um die Stars auf dem Platz. Natürlich ist das cool, aber es sind vor allem die Helfer, die hier mitmachen. Ich brauche einfach die Leute und ich glaube, die brauche ich manchmal auch von anderen Leuten, die mir sagen Merci für alles. Merci Volontiers. Merci Volontiers. Merci Volontiers. Merci Volontiers. Merci, volunteers.